Hey da draußen, ich bin's Martin und heute habe ich eine coole Frage von Valentin. Valentin möchte mehr über das Thema Rasieren wissen, beziehungsweise wie ich dazu stehe. Für die da draußen, die mich nicht kennen, ich schreibe einen Blog für Männer, Männlichkeit stärken ist der Name, geht um das Thema Mann sein in der heutigen Zeit, wie sich die Identität geändert hat, etc. pp. Und da beantworte ich eben Fragen, wie zum Beispiel die von Valentin. Rasieren. Achselhaare meint er, ist klar, aber wie ist es zum Beispiel mit Beinen? Das Interessante ist, Valentin, ich finde das gar nicht so klar. Ich bin auf dieses Thema erst so richtig aufmerksam geworden durch einen guten Freund von mir, den John Aigner, der Fotograf ist und der mich da erst mal so richtig aufmerksam gemacht hat. Der kommt nicht nur noch aus einer Zeit, in Anführungsstrichen, wo es normal war, dass Männer irgendwie Haare haben. Und zwar nicht nur im Gesicht, sondern auch unter den Armen und auch am Sack. Und er ist Fotograf, der ist ein sehr guter Fotograf und der findet es eben eine Schande, wie pornös die Welt heutzutage geworden ist und warum irgendwie sich alle Männer, weil sie glauben, sie müssen es, zwanghaft alles wegrasieren. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Da bin ich ihm noch sehr dankbar dafür, weil ich habe dann zuerst mal nachgedacht, warum tue ich das eigentlich? Tue ich das, um einer Erwartung zu entsprechen? Ja, du musst rasiert sein, du musst das und das sein, um einer Frau zu gefallen. Oder ist das tatsächlich was, was ich möchte? Und die Reise dahin war sehr spannend. Dann habe ich wieder alles wachsen lassen und dann habe ich mal nur eine Sache wegrasiert und so weiter und so fort. Ich habe damit experimentiert. Um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, das ist, was du mir entnehmen kannst, Valentin. Hey, ganz ehrlich, das ist das, ich würde dir nur noch sagen, mach das von dir abhängig, worauf du Lust hast. Finde das für dich selber heraus. Ich persönlich rasiere mir deswegen die Achseln, weil ich ansonsten einen sehr intensiven Körpergeruch habe. Wirklich intensiv, schon nach relativ kurzer Zeit. Und das gefällt mir persönlich nicht. Zudem finde ich das sehr angenehm, wenn ich viel Sport mache und so. Ist ein luftigeres Gefühl. Gefällt mir gut. Deswegen tue ich das. Ich habe aber auch jahrelang welche gehabt und ich habe tatsächlich keinerlei Unterschiede gemerkt in meiner Ausstrahlung auf Frauen. Das war nicht das Thema. Selbe gilt bei der Schambehaarung. Ich weiß, dass Beine rasieren und Arme rasieren, das ist meiner Meinung nach nach eher in der schwulen Szene behaftet. Aber auch da gibt es Frauen, die das total geil finden. Ich glaube, das sind eher die Minderheit, die das geil findet. Aber so what? Ich würde nicht danach gehen, was andere dir behaupten, Valentin. Sondern go for it, probiere es aus. Wie fühlt es sich an? Fühlt es sich toll an? Fühlt es sich auch noch nach zwei Wochen toll an? Cool, dann mach das weiter. Das ist gar kein Problem. Mach Dinge, die dich gut finden, die dich bestärken. Dadurch, dass du dich gut fühlst, kannst du dazu stehen. Und es ist egal, was für einen Spleen du haben wirst. Wenn du ein gutes Gefühl dabei hast und niemand anderen damit Gewalt antust oder sonst irgendwelche Art von schlechten Gefühlen. Verspreche ich dir, da werden vielleicht andere Leute so, das ist ein bisschen weird. Aber er ist ein cooler Typ. Er fühlt sich gut damit, der ist damit d'accord. Also von daher, fuck it. Zum Thema Rasieren. Probier aus, was du gerade im Kopf hast. Hinterfrage aber auch, warum du das tust. Warum rasierst du dir die Eier? Warum rasierst du dir die Beine? Warum rasierst du dir die Achsel? Hinterfrage das. Warum muss ich das tun? Kontroverses Thema. Ich finde, es lohnt sich sehr darüber nachzudenken und seinen eigenen Schnitt im Leben zu definieren. Und ich verspreche dir, egal was es für einer sein wird, du wirst immer noch ganz viele Frauen finden, die das toll finden. Beziehungsweise wenn du homosexuell bist, ganz viele Männer finden, die das toll finden. Und du wirst welche finden, die das nicht toll finden. Das ist auch wie mit Brusthaarschneiden. Einige Frauen finden es sexy, andere Frauen finden es nicht sexy. Du kannst es nicht allen recht machen. Deswegen fang bei dir an. Mach es dir recht. Viel Spaß Valentin. Falls dir die Antwort gefallen hat, falls sie dich ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Du vielleicht jetzt mal ein paar neue Rasier-Experimente ausprobieren willst. Cool. Finde ich super. Zeig es mir mit einem Daumen hoch. Wenn du selber Fragen dazu hast oder andere Anregungen für Valentin, einfach unten hinschreiben. Und wenn du das das erste Mal siehst, wenn du mich das erste Mal siehst und du fandest es ganz cool, was ich hier erzählt habe, dann hey, bitte abonnier meinen Kanal. Ich mache mehrmals die Woche Videos. Ich antworte auf Fragen, die mir gestellt werden in solch einer Form. Und ich versuche das auch bei deinen zu machen. Von daher abonnier meinen Kanal. Das freut mich immer sehr. Schau meine Videos. Erzähl es gerne bei anderen weiter. Und wenn du Fragen hast, schreib sie mir und ich antworte dir so schnell wie möglich. Ciao.